Ja einen wunderschönen guten Tag hier aus dem Studio. Tag 3 ist angesagt und wir sind super konzentriert am Arbeiten bzw. ich ja gerade nicht, sondern eher der Olli und ich zeig euch mal ganz kurz wie es aktiv hier dann aussieht. Das ist der Olli, da ist der Mathis und ich lass die lieber mal in Ruhe, weil die konzentriert arbeiten und das ist auch ganz gut so. Hier haben wir unser kleines Storyboard, wo wir aufpassen müssen, dass wir nicht Sachen doppelt einspülen oder Sachen vergessen. Und hier ist es gerade, kommt mal mit. Raus! Du musst jetzt aufnehmen. Da ist der Kev, da ist der Michi. Wie kommen wir voran? Ja weiß ich nicht, wird viel diskutiert. Du bist die Zicke! Dauert jetzt schon was länger, aber es wird. Ich bin doch gut gelaunt. Es ist halt schwierig. Es ist halt schwierig, ne? Weil wir sind vier Mann, vier Köppe, vier Köppe und alle müssen einer Meinung sein. Deswegen wäre es super, wenn man vorankommen würde. Ja, dann arbeiten wir schon. Raus! Ja, ist ja gut, ich bin ja schon weg. Tür zu! Ja! Olli, das Studiotagebuch ist... Ich weiß nicht, was ich schneiden soll. Ja. Total langweilig irgendwie. Was gibt's Neues? Ja, ne Menge. Man kann das hier an unserer tollen Tafel sehen. Wir haben ein paar Schlagzeuge eingespielt. Du sollst raus! Wir haben ein paar Bässe eingespielt. H... A... A... G... F... A... Hey! Man sieht, man hat noch sehr viel offen, man hat noch sehr viel frei. Ja. Das ist sehr konzentriert, wir sind sehr konzentriert. Ja, das war's jetzt erstmal für den dritten Teil und wir sehen uns die Tage. Schönen Abend! Tschö!